Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Heute werden wir uns in aller Ruhe Kasper anschauen. Kasper wurde sich sehr, sehr oft unter der Kommentarspalte in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall gewünscht. Deswegen werden wir uns das heute mal ein bisschen genauer angucken. Außerdem haben wir hier erst vor ein paar Tagen ein neues All-Time-High erreicht. Werden hier möglicherweise neue Millionäre geboren? Ist das möglich? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich. Und wenn ihr Kasper traden wollt, Spot kaufen wollt, meldet euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort gibt es immer wieder sehr, sehr coole Aktionen, wo ihr zum Beispiel an Glücksrad, Free Trades etc. abstauben könnt. Und auch gerne kann ich euch die Telegram-Gruppe von BingX weiterempfehlen. Auch dort jede Woche immer ein paar Aktionen zu finden. So, jetzt gehen wir mal zu Kasper rüber und schauen uns einfach mal an, wie momentan so die Verhältnisse hier sind. Wir haben mittlerweile mitbekommen, okay, KAS ist überall gelistet. Bei allen großen Börsen, BingX, Bybit, Gate.io, was weiß ich, Polo, NIEX, die übrigens gehackt wurde oder sowas, Maxi. Also überall mittlerweile gelistet. Wir brauchen hier leider wirklich leider nicht mehr von einem Low-Cap sprechen. Ich weiß noch damals, wo wir hier investiert haben, da waren wir hier bei 50 Millionen Market-Cap. Das muss man sich einfach mal überlegen, 50 Millionen Market-Cap. Wir haben hier mittlerweile 30 bis 35X gemacht mit diesem Coin. Also auch, wenn ihr nur ein 100er reingehabt hättet, also wirklich nur 100 Euro damals, weil es ist ein Low-Cap. Ihr wisst, ihr solltet nicht so viel reinstecken. War es zumindest damals, hättet ihr 3.500 Euro damit verdient. Nur mal so, also manche Low-Cap-Tipps zahlen sich dann doch aus, sowas wie Kasper. Aber wie gesagt, wir haben momentan eine Market-Cap von 1,8 Milliarden Dollar. Volumen ist sehr, sehr hoch, Circulating Supply, 75 Prozent derzeit draußen. Also da kommt noch ein bisschen was auf den Markt, ist aber alles nicht so schlimm. Ansonsten, Kasper läuft wie am Fließband, schnellere Transaktionen als Bitcoin. Soll ja so ziemlich das Silber im Cryptospace sein oder sogar ein bisschen besser als Bitcoin. Dazu gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von Kasper haltet. Sagt ihr wirklich, okay, ist viel, viel besser als Bitcoin, ich spenke voll um auf Kasper. Oder sagt ihr, nee, aber als Alternative sollte man das auf jeden Fall im Portfolio halten. Dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ja, gehen wir mal rüber zum Kurs und da sehen wir im Endeffekt nur eins. Es gibt einen Aufwärtstrend, einen Aufwärtstrend und nochmal einen Aufwärtstrend. Und dieser setzt sich hier wirklich seit unserer ersten Spot-Kaufzone hier unten, ich glaube bei 3, also 0,003 US-Dollar Cent fort. Und wenn wir uns das einfach mal so angucken, zwar immer wieder mal so ein paar Spot-Käufe gesehen, sind es auch hier, wo ich das erste Mal Kasper, glaube ich, erwähnt habe, 2600 Prozent. Ja, ansonsten, was gibt es hier viel zu erzählen? Der Aufwärtstrend ist natürlich absolut intakt. Wir haben ein neues All-Time-High erreicht, wir haben jeglichen Widerstand nach oben hin durchbrochen. Und ansonsten scheint dieses Ding momentan nicht korrigieren zu wollen. Wir gehen mal in den 4-Stunden-Time-Frame, das heißt in die kleineren Time-Frames, schauen uns diese impulsive Bewegung hier nochmal an. Also ihr seht hier All-Time-High zu All-Time-High. Das Schwierige ist halt jetzt auch hier wirklich feste Preisziele noch einmal irgendwie zu erwähnen. Wir müssen dann immer nach der letzten Korrektur ein bisschen gucken. Das heißt, wir ziehen uns hier das FIP-Level von unserem letzten Hoch zu unserem Tief, wo diese signifikante Bewegung war von unserem Top. Top, dieser Range, die wir hier oben ja mal eingezeichnet haben, bis zu unserem Support-Band von unserem Trend-Kanal. Da sehen wir auch, okay, Kass ist sogar bis ans 2,618er gekommen. Sollte jetzt möglicherweise nochmal eine größere Korrektur in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall folgen, dann müssen wir das FIP-Level natürlich nochmal ein bisschen genauer ziehen. Aber das war jetzt hier die signifikanteste Bewegung damals, weil wir hier doch einen enormen Crash hatten. Da kann man wirklich von Crash sprechen, weil wir hier 72 Prozent zwischenzeitlich gefallen sind. Das ist eine signifikante Bewegung, da finde ich, macht das FIP-Level Sinn. Dann habt ihr gesehen, okay, wir hatten hier den ersten Point, wo wir erste Schwierigkeiten haben am 1,618er und dann bis zum 2,618er. Aber wo kann die Reise jetzt möglicherweise noch hingehen? Kurzfristig, sollte die Marktlage weiterhin so bullisch sein, sehe ich sogar nochmal Kurse bis hier hoch bei ungefähr 12,5 Cent. Also nochmal enormer Pump, der hier auf jeden Fall möglich ist. Vom jetzigen Level aus wären das sogar nochmal 50 Prozent. Aber es sind immer wieder solche Level wie das 3,618er, wo auch in einem Bullrun gerne angetestet wurde. Und wir müssen ganz ehrlicherweise sein, wir sind gesamtmarktmäßig überhaupt nicht in einem Bullrun. Da brauchen wir noch gar nicht drüber sprechen. Aber Lukas macht so wirklich seinen eigenen Bullrun, macht so seine eigenen Regeln derzeit. Volumen, Geisteskrank, die Miner meinen weiterhin, das Miner-Netzwerk steigt immer mehr. Also da befinden wir uns ganz klar in einem eigenen Bullrun. Also die Ziele sind klar, 50 Prozent sind hier kurzfristig, meiner Meinung nach sogar nochmal möglich. Sollte jetzt wirklich eine Korrektur einsetzen, ist es ganz, ganz wichtig. Und da erzählen wir uns jetzt mal das FIP-Level. Einerseits natürlich, wir dürfen diesen Abtrend, den wir seit Monaten, wirklich Monaten hier bilden, nicht nach unten hindurchbrechen. Das wäre überhaupt nicht gut für die weitere Bewegung. Aber eine Korrektur für alle, die vielleicht hier nochmal längerfristig einsteigen möchten, bis knapp 6,9 Cent, also das heißt 0,069 US-Dollar Cent, ist hier nochmal im Bereich des Möglichen. Dafür wäre ungefähr eine 20-Prozent-Korrektur, finde ich absolut human. Und für alle Spot-Käufer auch nochmal eine interessante Kaufzone. Auch auf dem Daily sehen wir das ganz gut. Würde sehr, sehr gut passen, wenn wir hier einfach nochmal runterkommen. Wenn diese Linie jetzt ziehen würde, wenn wir hier nochmal runterkommen, den Abtrend sogar nochmal testen und dann von hier aus wirklich hier die Marke von 12,5 US-Dollar Cent noch einmal testen würden. Also das sind so momentan die Kaufzonen, die ich jetzt erstmal übergeordnet drinnen lassen würde. Ansonsten sollten wir wirklich nochmal eine massive Korrektur sehen. Bitcoin fällt auf 8.000, 5.000, 12.000. Dann müssen wir die ganze Sache nochmal komplett neu überdenken. Dann gehen wir von unserem Gesamttief bis zu unserem Top. Und dann sehe ich hier auch nochmal Kurse von 4 US-Dollar Cent. Da würden sich sehr, sehr viele freuen, wenn solche Kurse nochmal kommen würden. Ich auch, ganz ehrlich, weil Kass ist für mich was Langfristiges. 4 US-Dollar Cent halte ich zwar für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ihr seht dieses Key-Level beziehungsweise diese Relevanz hier im Chart. Wir hatten hier massiv, wirklich massiv Probleme. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal Bestätigung, dann eben doch nochmal runter und dann kam erst diese nachhaltige Bestätigung, bevor wir nach oben hin ausgebrochen sind. Also dieses Key-Level hier unten bei den 0,038 bis 0,035 ist für langfristig Investoren wahrscheinlich nochmal ein sehr, sehr guter Einstieg, sollten wir dahin kommen. Ich würde meinen Arsch nicht darauf verwetten, dass wir hier nochmal solche Kurse sehen, aber es ist möglich, dass wir hier nochmal in diesen Preisbereich kommen. Werden hier möglicherweise noch Millionäre geboten. Ich glaube für alle, die jetzt noch einsteigen und nur, ich sage jetzt mal, ein Huni oder ein Taui reinsteigen, wird es verdammt schwer. Für alle, die schon länger drin sind, die auf den Tipp schon vor, ich glaube, jetzt muss ich nochmal gucken, wann war denn dieser Tipp hier ungefähr, ja knapp ein Jahr her, für alle, die aus diesem Tipp gehört haben, nehmt Profite, ihr könnt damit trotzdem, glaube ich, kein Millionär werden. Außer ihr habt da riesige Summen reingesteckt, aber es ist eine Möglichkeit, um sein Portfolio nochmal deutlich zu erweitern. Kass hat extrem viel Prozente gemacht, denkt an eure Profite und jetzt gerne mal eure Meinung nochmal unten in den Chart reinschreiben beziehungsweise unten in die Kommentarspalte, was sind eure Preisziele für Kasper. Seht ihr möglicherweise hier sogar die 1-Dollar-Marke. Würde mich sehr, sehr interessieren. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick. Ciao. Vielen Dank.